Auf der bewegenden, zack, knall links rüber. Ach, steht sie. Hey! Musst du, hau drauf! Hey! Hey! Hast du den? Ich bleibe mich jetzt schon hier im Stich in der ersten Runde. Moin, Leute, wir sind völlig verrückt heute. Wir haben ein ganz tolles Spiel für euch rausgesucht. Ihr seht es schon, wir fliegen hier durch die Gegend. Boy, guys, heute mal nur mit Pee und mir, dem lieben Spezi, weil Timo und Toto haben Angst, mit uns so krasse Spiele zu spielen. Aber wir rasten es gleich nicht völlig aus. Ja, und was soll ich da noch nie gespielt? Deswegen ist er schon scheiß, wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich? Wer bin ich? Rennen bis zum Ziel, alles klar. Er hört sich einfach an. Lauf los, wie rennt man denn? Er rennt gar nicht. Er hat mich betrogen. Boah, ich bin jetzt schon der Beste, ey. Hey, ich muss rennen. Warum rennt er denn nicht? Er ist doch völlig besorgen. Soll, jetzt fliegt er speziell raus, weil das Spiel ist kaputt. Mama? Ja, soll da. Wenn ich das noch, weil jeder weiterkomme, dann weiß ich auch nicht. Das sind die anderen richtig schlecht. Wo bist du? Ganz vorne, glaube ich. Ja, man ist nicht. Das war das erste Mal im Spiel ein Erster geworden. Einfaches Spiel. Ja, ehrlich, ey. Ich bin bald da. Vertrau mir. Ich bin ein Welsenbox. Ich bin ein Stadion wieder melden. Das würde ich auch machen. Hey, launchen, Ränder. Aber er läuft es auf dem Rückwärtsding. Ich bin oben. Naja, es ist auch egal. War voll einfach der Parcours. Ja, oben war voll einfach der Parcours. Ey, oh Apfel. Was denn? Ihr hattet es völlig wild. Hier guckt man, ich werde hier gebuckst. Ja, ja, jetzt. Jawohl. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, sind die von 23. Noch kann zu schaffen. Ach du Scheiße. Ja, es wird auch betrogen. Der Mensch wieder einfach nicht losgelaufen ist. Ich sage dir das. Ja, noch schaffst du, schaffst du. Jawohl, easy. Wir sind starker Einsatz hier. Ja, guck mal. Erster Platz. Ey, Junge, ich bin jetzt schon völlig nervös. Zack, alle raus mit euch. Völlig am Eskaliersten. Kack, Boons, ey. Da haben wir uns qualifiziert wie so easy. Ich bin eine Woche später losgelaufen, ey. Takt, Amateure. So, warte jetzt hier. Das müssen wir mal machen. Ich habe keine... Meine falsche Fähler finden die verborgene Fahrt um das Ziel. Ach, das ist das Spiel. Also gesehen habe ich ja schon öfter mal. Von natürlich bei irgendwelchen anderen Menschen, aber sehr... Ach so, da geht ja immer eine Tage tiefer, ne? Das ist hier diesen Weg finden. Das weiß halt nicht, welcher Weg richtig ist und so. Ach so, hier, dann ist hier, äh, wie hieß die Serie Nummer? Das ist gut, ja, genau. Das war das gut, nee. Aber LogarTV. Ach, bin weg. Hier, hier. Hier, 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 nicht. Oh, es läuft dann mal. Ja, ich habe alle einen. Ja, ich habe alle einen. Ja, der uns quit-game. Ich bin immer angefallen, ja, toll. Du musst dir einfach nur schubsen. Ja, wollte ich... Voll aufs Feld schubsen, so. Haha, der ist wohl gemeint. Der geht mal weg. Hört auf, wie ich scheiße. Das ist dahinter. Ja, ja, da musst du aufpassen. Nein, ich bin auf Riss gegangen, habe versagt, ist nicht gut. Ah, da ist das Feld. Er ist hier früh mutig, aber er ist der mutigste. Ah, da war nicht. Ja, da ist es. Hey, qualifizierst. Easy. Von dem sind einfach wieder durchgerannt. Einfach durch. Was macht er denn? Er ist ja nicht schlecht. Er ist jetzt ja ganz... Will ich. Stehen da? Zwei. Die vermitteln machen nix. Verwirrter QR-RT. Wie man ging, äh? Ich hab keine Ahnung. Easy. Völlig verzweifelt alle. Ach ja, wenn ich nicht gewinne, damit ja auch nicht. so jetzt hier jetzt ja ich habe mich schon aufgeregt ich kann ja keine ahnung dass wir spielen müssen also sich kommen mir vor eigentlich so schlecht sind die fan flingers ja das ist ja auch warten auf spieler macht endlich erstmal kaffee trinken ja ja also ich habe das macht laufp lauf ja kein problem ich habe richtig komische sachen er muss eine ventilatoren erspringen einer hat mich geboxt oder ist ein hammer ein bisschen aufpassen hier die sie schon einer geboxt auch gleich jetzt kritisch hier ich bin nervös er ist nämlich über die schulter kommen das ist immer gefährlich ja die können auch lieber hier in den kanal zu gucken ist doch viel besser dann eben ich bin zufrieden das war nicht gut das ist ja kacke weg ich will erst mal werden ich auch warte immer da vorne wie war das hier nicht stinkt hier wartet auch auf mich easy handy denn da er kommt man jetzt rein öffnen spaßig man machst du denn der ganze wilde tricks das ist wichtig um das erste und zwei drei ja easy ihr habt das zuerst gesehen jemals kaffee pausen das spiel nicht was ich bin aber auch ganz anders der kanal wir nennen vollgeist tv vollgeist kaffee tv was macht er denn da legen das ist nicht besorgen jetzt fällt er runter die spieler betrunken oder zu viel oktober fest gefeiert alle links angeht ich habe das spiel nicht bedürfen wenn ich mal bei ihnen jetzt eigentlich mein rest einmal disqualifizieren weil da kommt ja nichts bei zustande ich sie hat einmal schmiede oder acht macht er denn ich muss mir gleich neun kochen jetzt achten so eine güte richtiger projahr alleine ganz ach ja ich was ist nicht so schlechtes jahre rausgeflogen so jetzt finale jetzt ist finale bestimmt oder ich weiß nicht neun leute sind wir noch acht oder sind nicht einer das ist noch extra disqualifiziert wollen wir das schlicht war der letzte letzte runde roll waren das sieht lustig aus ok das sieht lustig aus bild nicht achten scheiße das kann ich nicht sehe ich jetzt schon es kommt jetzt schon in dem es bald tricks alle an wenn ich doch festhalten erstmal schaue ich nicht nervt nicht die kamera drehen sollen das habe ich nicht realisiert jetzt hat er von einer seite auch sagen du musst jetzt mal für uns die erste ohne mich zufrieden direkt ins finale kommt zwar erst da geworden ja sehr gut schön 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 hier jetzt sind da die bauwand pass auf der lücke und hier noch party spielt sie dritte habe ich zu schauen das ist er macht keine spielchen pass auf dahinter hinter die wand pass auf dass er mal eine lücke nach spiel sie so dass du hin machst du wer hat gar nicht gewonnen schummelt doch so kommt direkt noch eine runde ja eine runde schaffung das lück ja zack zack kommt jetzt sagt da kriege jetzt erstmal ja ich wäre hat 1000 alles aus uns recht der beste der welt bin wo auch hier schon sagt direkt level ausmicht ja die religion der und sterben sei ja aus alles sagt hier übrigens noch und hier die montag auf ihr seid angst hast doch hier drückt bereits habe ich schon habe ich schon jetzt gewinnen da muss ich aber steigern also ich will ich aus dem konzept also hat mir die lust genommen weil du raus warst ja war ich auch dann war so traurig mein kumpan ist ja spieler sammeln waren immer einer und dann geht's los auch die dinge bringen ab ins ziel und dann hast du schon gewonnen ehrlich ach ist doch hier ja schon mal für eine indernisse gar nichts da acht scheiß das ende sieht ein bisschen wild aus aber mal mit links wer gelacht er startet richtig weit vorne ja ja naja sind wir stehen hier hallo nicht im weg stehen habe ich gesagt ich bin hingefallen waren es ist nicht nicht gereicht zurück soll das denn keiner wusste und richtung das geht mal spieler besseren menschen ja mal mehr hoch als gerade wie ach die lüge erkannt aber als deutlich besser sind erst dachte so offen zu denken spiel ich habe es dir immer gesagt ich komme gar nicht zum ende kein problem ich habe völlig aus hier geht das hier ja da ist alles klar die sie rennen macht der schweizer ach muss hoch auf sagt auf der bewegende sind jetzt schon hier in der ersten runde 20 20 plätze frei aber auch angst und überdies hart ist richtig hart und sind noch die leute durch gescheitete doch vielleicht haben wir an vorne verkackt immer noch 20 jetzt schnell durch zu ganz schaffen mir kann ich dir zu gucken hoch ich werde dir zu gucken gucke ich dir automatisch zu durch skippen oder so ich es gibt alles alles schlecht ich will dir nicht zu ja da ist ein ja weil er war das eine meile vertraut mir jetzt hast du auch aus der vollen lernt ja auch sich und da bist du hier so schnell wie keiner soll ich nicht kommen sind mir schlecht für dich dazu ganz die kamera mache ich ja aber passiert so ganz will sie auf mir geht mal aus dem weg da lang ist so vorsicht ja sehr gut und die nächste mitnehmen erst mal nicht noch nicht und geht doch mal weg es hat keine art mehr wie er chillt muss schon richtig ein leben komplett alles noch noch die leute muss ausschalten easy und schon immer ganz ganz wille lasst mich mal hier durch ein stress im halo drei höhen schildlich hin und her an jeder boxen ob sie weiß gar nicht will ich bekomme er schüter immer ich weiß auch schluss ganz normal smart aber boxen und es gibt mich gar nicht fest aber der heilige war einer penner hätte ich da auch nicht fest soll das sind mag jetzt mal ja noch welche ausscheiden ich habe auch mir einer noch mehr alles runde beendet da nur noch 14 noch 14 leute ganz schön immer ich glaube nicht spiel wird dir liebt da so profi darin zehn spitzen nach der feld hat schon wieder da rennt so wieder runden darüber wie so ein profi war das nicht dass wir erster und zweiter gewesen es kam lange nix also hier ach ja hier bist du am ende durchgerannt einfach er lasst dir einfach machen und dann rennen weiter her also das war ein dritter stelle was die weiß man kann was machst du ja ist am anfang ist ja das spiel hier zuerst mal ist das geben ja lauf doch man wird nicht so schützer hier ausgibt wo man ja darüber springen geht weiter mal die leute ein bisschen darauf schubsen springen auf den leuten auf springen ist das sehr gut und nicht da jetzt muss recht sein muss recht sein genau da genau da oben sein ich wusste es ist einfach auf die gruppe die hatten alle schädel hin trauma er hat schon dann springen damit ich nicht schützen kann weiß nicht über komplett schlecht den armen richtig aus dem asimow gebracht wir haben aber jetzt schon wieder das kannst du ja schon mal jetzt haben wir das letzte runde letzte runde aber mit disco jetzt wie acht hat ist sehr wohl die platten lauf verschwinden mit der zeit ich habe keine ahnung aber du machst das ja ich glaube dass du mehrere ebenen an platten die verschwinden darauf ist das finale konzentration jetzt ja ich gebe mal westes ich glaube nicht ich glaube ich konnte es recht haben muss sie alle einsperren ich bin einfach raus ist auch quatsch oder jetzt nicht kommen sehen der finale ist nicht so deins der finale sind immer noch mal doch beenden wir wollen jetzt immer sehen wir gewonnen hat aber die erste runde vorgeist war schon geil gut hingekriegt zweimal zu beschlangen kommen ist okay kann man machen ich hoffe ihr hattet spaß und schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn man nochmal ungefiltert irgendwie vorgeist war immer spielen bis dahin schöne wochen noch rein und tschüss tschüss